was für moves hier alle suchen und zerstören auch noch im regen die zielobjekte beschützen die map ist so gut optimiert ne ich habe ja voll gut der fest aber auch viel alter merke ich gerade zwei hundert in drei sichtiger ein feind übrig ausschalten ich weiß nicht wo der war da oben da oben da oben da oben koordinaten markiert da oben da ist auch eine treppe ja ich habe ihn er ist runter gesprungen ich habe ihn in der luft geholt das kein zufall war die map ist ja übertrieben gut optimiert hier ich habe hier 70 75 fps bis knapp 90 zwischen 70 und 90 jetzt habe ich gerade 90 trotz wegen und die map hat irgendwie mehr effekte als andere nein nein das stimmt nicht ladungen erlaubt das sind ganz kleine map das ist glaube ich die kleinste bombe fallen gelassen das ist ja eigentlich das ist nicht zufall was bürger was mit bürger was mit rost was mit rost was mit rost regiert was mit rost was mit rost was mit rost Ich glaube Heisenberg hat gesagt, irgendwo mit Wut, habe ich so gehört, hört die Leute immer so schlecht. Die Null, Bruder, das soll ich sagen. Alter, mit Raketenwerfer, dieser Hurensohn, Digga. Komm, komm, komm. Ah, schaut er. Eigentlich, wenn wir Deutsche finden, müssen wir uns mit denen befreunden, dass sie Discord kommen. Komplette S&Z-Lobby machen. Ja, man. Ich frag mal den Heisenberg. Der ist nicht deutsch. Okay, er hat das Spiel verlassen. Super. Ah. Hinter dir, Bruder. Nur noch ein Feind übrig. Ausschalten. Ähm. Bombe deaktiviert. Ich glaub, meine Ladung müsste auch mal wieder entschärft werden. Oh. 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 die in euch land zeigt diesen imperialisten dass das kein zufall war du hast mir erwartet geschlraaaagen war eigentlich mein kill, aber ok du gerutsche ja alle gucken sie an die hat die crackreude oder so Alle gucken die an. Mobil, die hat sogar geheult. Hä? Ja. Ihr habt euch wie erwartet geschlagen. Macht euch bereit für einen neuen Einsatz. Oh nein. Oh nein. Melden. Wer ist das? Lemon. Ja der. Melden. Sammelpunkte wechsel. Alle Zielobjekte liquidieren. Ladungen erlangt. Wer ist das? 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 Nur noch ein Feind übrig, ausschalten. Gute Arbeit, Spezlas zurück zur Basis. Seht wie die Kapitalisten wegrennen. Hacker, Hacker ist dafür gestorben.